Jena hat seine Hauptstadt aber auch so offen dagelassen, ich muss mir die doch nehmen, das ist doch Quatsch, das ist jetzt nicht zu tun, oder? Damit herzlich willkommen zurück zu... Also gut, das machen wir nicht. Also weil das ein Felsplateau ist und ich kann da nicht runter. Hier war das ein Runden ab, wenn wir da so rein stürmen. Wissenschaftsosmose... Aha, noch sieben Runden. So, ich brauche hier noch mehr anderes. Tierhaltung. Sehr gut. So, ich brauche hier. Ähm... Ähm... Mhm. 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 Na gut, von dem Ende war es so gut. Alle Einheiten, das steht mal fest. Ja. Das wird bitter. Ja. 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 Hmm. warum ist die bevölkerung jetzt auf null geschworen ich weiß auch nicht also das ist manchmal ja jetzt die bevölkerung 1 so klein keine ahnung das gebiet haben wir nicht so viel also ich würde sagen weg machen das ist wichtig das ist jetzt noch nicht so wichtig das ist wichtig also die reine folge müsste dann so sein würde ich mal sagen dann ganz hinten dran das mal gucken wir mal hey wir rocken hier so wissenschaft ich brauche halt auch eine ganze menge zivilisationssteine um hier weiter zu kommen damit beschäftigen wir uns dann auf jeden fall beim nächsten mal würde ich sagen danke dass ihr das hier hinzugesehen hat wie ich mich schamlos meinen nachbarn vergehen wollte und dafür auch den richtigen rückschlag bekommen habe und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin viel spaß und selber bricht neuer eigenen multikulturellen zivilisation in humankind wünscht euch euer aha das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020